Herzlich willkommen zu unserem Fassadenfarben-Test, eurem Ratgeber für Fassadenfarben. Heutzutage gibt es eine große Auswahl an Fassadenfarben und ihr dürft euch aussuchen, ob das nun ein Fluch oder ein Segen für euch ist. Die Fassadenfarben sind dabei in jeder Modifikation erhältlich, egal ob ihr die Fassadenfarbe für glatte oder feine oder grobe Untergründe benutzen wollt. Ihr habt nun die Auswahl aus einem vielfältigen Angebot, ob für Neubau oder für Renovierung. Die von uns getesteten und für gut befundenen Fassadenfarben findet ihr hier aufgelistet, die Fassadenfarben im Test mit verschiedenen Varianten von diversen Herstellern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017